Vor langer Zeit war die Welt voller Wunder. Sie war voller Abenteuer. Es gab Magie. Allerdings war sie nicht leicht zu beherrschen. Und so fand man bald einfachere Lösungen. Aber ich hoffe, es steckt noch ein bisschen von dieser Magie in euch. Er sagte nur, dass ich euch das geben soll, wenn ihr beide über 60 seid. Das ist ein Zauberstab. Dad war ein Zauberer. Euer Vater war Buchhalter. Dieser Zauber bringt ihn zurück. Was? Dad wird wieder lebendig? Das ist nicht möglich. Doch, ist es. Und zwar damit. Ich werde Dad kennenlernen. Wow, Füße! Ich helf dir! Marley, nein! Dad? Da sind nur Beine! Kein Oberkörper. Ich weiß definitiv, dass Dad einen Oberkörper hatte. Oh, was hab ich getan? Hi. Wir haben nur 24 Stunden, um den Rest von Dad zurückzuholen. Wir gehen ihn suchen. Tada! Großartig! Los geht's! Ich bin dafür, dass wir die Straße des Todes nehmen. Aber über die Autobahn geht's schneller. Liegt auf lange Sicht. Schön. Dad, komm jetzt! Hey! Ihr seid tot! Attacke! Wir sind tot! Wir sind tot! Wir sind tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Vorsichtig! Es gibt womöglich Fallen! Einhörner! Hurra! Bevor du Dads Zauberspruch nochmal sagst, musst du trainieren. Ellbogen raus, Beine auseinander, Hüfte leicht nach hinten. Ellbogen! Ich versuche mich zu konzentrieren! Konzentration! Vergiss es! Polly! Oh nein! Was ist das? Eine bodenlose Schlucht! Wir brauchen den Zauberspruch, der eine magische Brücke erschafft, über die du dann gehen kannst. Wenn du daran glaubst, dass die Brücke da ist, dann ist sie da. Du schaffst das! Onboard! Keine halben Sachen!